Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, im Grunde ist das hier heute ein Jubiläum, unsere 20. Außen- und Sicherheitspolitische Jahrestagung. Aber so richtig zum Feiern und zum Nachdenken über Multilateralismus ist uns vielleicht an diesem Tag, an dem so eines der am wenigsten multilateralen Ereignisse dieses Tages, dieses Jahres kurz bevorsteht, nicht wirklich zumute. Morgen wird er komplett vollzogen. Der Brexit, die Zukunft ist ungewiss. Wir wissen nicht, was dann kommt. Aber lassen Sie uns über mögliche Zukunftskonzepte nachdenken. Dafür gibt es ja noch mehr Anlass als den Brexit. Das Jahr ist noch nicht mal einen Monat alt. Da beweist uns die Welt schon, wie kompliziert unsere Aufgaben, wie groß die Themen sind. Die US-Administration tötet General Soleimani. Es kommt zum iranischen Vergeltungsschlag. Wenig später schießt der Iran das ukrainische Flugzeug ab, bestreitet es zunächst. Man weiß auch nicht, wer was im Inneren des Iran zuerst wusste. Anschließend werden Massendemonstrationen brutal niedergeschlagen. Putin verkündet eine Verfassungsänderung. Gleichzeitig tritt die Regierung zurück. Sicher kein Anzeichen für eine demokratische Entwicklung in Russland. Australien brennt. Indonesien kämpft mit Fluten. In China bricht ein Virus aus und die Partei versucht, diesen so gut wie möglich für ihre Zwecke zu benutzen. Greta Thunbergs Our House is on Fire scheint nicht nur für die Klimakrise zu gelten, sondern lässt sich in Teilen auch auf die geopolitische Lage im Jahr 2020 übertragen. Aber 2020 ist auch das Jahr der Chancen. Deutschland übernimmt im zweiten Halbjahr die Ratspräsidentschaft, hat den Sitz im UN-Sicherheitsrat und mit beiden Mandaten gehen national als auch international hohe Erwartungen einher, die man vielleicht auf die Formel reduzieren kann. Berlin muss mehr Verantwortung übernehmen. Eine Forderung, die wir im EU-Kontext hören, im NATO, im UN-Kontext, die aber auch viele Freundinnen und Freunde im Inland hat, nicht zuletzt den gerade 80 gewordenen Altbundespräsidenten Joachim Gau. Damit gemeint sind so unterschiedliche Bereiche wie die transatlantische Verteidigungspolitik, europäische Finanzpolitik, globale Klima- und Handelspolitik. Die Forderung ist legitim und nachvollziehbar. Deutschland ist eine leistungsfähige Handelsmacht, technisches Know-how, wirtschaftlicher Einfluss, nicht unerhebliche Softpower. Alles das besitzt dieses Land. Was aber ist eigentlich das historische Modell dieser neuen Verantwortungsübernahme? Die bismarckische Großmachtspolitik, die in Hitlers skrupellosen Welteroberungs-Albtraum mündete, kann das Role Model nicht sein. Aber die pazifierte bundesrepublikanische Positionierung in der geopolitischen zweiten Reihe, die für viele ja sehr eng mit dem Wirtschafts- und dem Wohlstandsmodell Deutschlands verknüpft ist, kann es auch nicht mehr sein. Der lange Weg nach Westen geht offenbar zu Ende. Deutschland ist angekommen und nun auf einer neuen Suche nach einer bisher unbekannten Rolle zwischen Verantwortung und multilateraler Einbettung. Auf der anderen Seite sucht die Bundesregierung und muss auch jede zukünftige Bundesregierung die Rolle deutscher Außen- und Sicherheitspolitik suchen. Viel Zeit für historische Rollenreflexion bleibt nicht. Erstens, die globalen Herausforderungen verschärfen sich, sie werden dringlicher. Die Klimakrise ist das Stichwort natürlich. Zum anderen hat die bisherige Führungsmacht der westlichen Welt, die USA sich weitgehend zurückgezogen und das nicht erst unter Trump, das wissen wir. Aber das sorgt für geopolitische und globalpolitische Brüche, die in dieser Form neu sind. Die Syrien-Krise, die Libyen-Krise, beides beweist auf dramatische Weise das Fehlen einer Ordnungsmacht, beweist, dass niemand da ist, der die Geltung des Völkerrechts ansatzweise durchsetzen könnte. Die Iran-Krise hat die Gräben zwischen den Bündnispartnern Europa und Vereinigten Staaten aufgerissen, vor allem natürlich in der Nikolaj-Frage. Die WTO ist in einer Krise, der amerikanisch-chinesische Handelsstreit schwelt und zeigt, dass im globalen Handel wir auf Zeiten zugehen, in denen wir weniger verbindliche Regeln, mehr Dschungelgesetz, mehr Recht des Stärkeren haben werden, mehr Willkür nationaler Egoismen. Und in der globalen Klimakrise glänzen die Großmächte durch Abwesenheit, Unverbindlichkeit und schlichtweg durch Verantwortungslosigkeit. In diesem Licht darf es oder kann es nicht verwundern, wenn Ulrich Speck, der einen der Schlüsseltexte zu unserer Veranstaltung, kleiner Hinweis auf unser ausführliches Dossier auf der Website geschrieben hat, feststellt, das internationale System, in das Deutschland für Jahrzehnte eingebettet war, ist von Auflösungserscheinungen bedroht. Aber wenn die Vereinigten Staaten sich nicht mehr zuständig fühlen, andere Großmächte, China, Russland, ebenfalls keine konstruktiven Beiträge zur Regulierung globaler Fragen beisteuern können, dann drängt sich ja schon die Frage auf, na wer soll es denn dann jetzt richten? Das Konzept einer Allianz für den Multilateralismus ist der Versuch einer Antwort auf diese Frage. Sie wurde vom Auswärtigen Amt in Zusammenarbeit mit französischen Partnern ins Leben gerufen und beschreibt, eine offene Koalition der Willigen und Fähigen, die vorangehen soll, mittlere und kleinere Mächte sollen also da tätig werden, wo Großmächte zur Zeit ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. So weit, so gut. Berlin und Paris haben sich an die Spitze dieser Initiative gestellt. Aber bei allem Verständnis für die Rufe nach mehr Verantwortung müssen wir uns trauen zu fragen, ob ein durchdachtes Mehr an Verantwortung nicht doch zu groß wäre für die deutsche Außenpolitik. Schließlich hat sich Deutschland in den letzten Jahren nicht gerade durch große Einsatzbereitschaft hervorgetan. Die Devise war eher nicht anecken, Brücken bauen in alle Richtungen. Ronja Scheler schreibt deshalb die Rolle der Visionäre eher der französischen Politik zu, während Deutschland auch hier das Land der Ingenieure sei, was kein Vorwurf an Ingenieure ist, sondern ein Inbegriff für Solidität. Aber verträgt sich dieses Mindset, Ingenieur, mit dem Anspruch, mit neuen Partnern außerhalb bewährter Formate, EU, NATO, die großen Fragen der Global Governance anzugehen, was, wenn der Gegenwind der neu gewonnenen Courage ins Gesicht bliese, wenn die Worte mit Taten unterlegt werden müssten, wenn der postheroischen Gesellschaft, die Herr Fried Münkler uns ja attestierte, die neue Position erläutert und verständlich gemacht werden muss. Diese Fragen wird Jan Techau im ersten Panel mit unseren Panelistinnen und Panelisten aus dem Auswärtigen Amt, dem Bundestag und der DGAP diskutieren. Das Konzept einer Allianz für den Multilateralismus ist ein Kristallisationspunkt. Es ist spannend, darüber zu reden, aber es ist auch eine große Projektionsfläche für die Fragen, denen wir uns gegenüber sehen. Und für uns ist es wichtig, diese Fragen durchzudeklinieren im Lichte grüner Außen- und Sicherheitspolitik. Das erklärt auch unseren Hashtag, wieder Hinweis auf online, Green Multilateralism. Mal sehen, was da von Ihnen an Beiträgen zusammenkommt. Nehmen Sie da auch gern an der Debatte teil. Und zum anderen wollen wir über unseren europäischen Tellerrand hinausschauen, welche Länder sich eigentlich für die vertiefte Partnerschaft zur Lösung der dringenden Globalisierungsprobleme anbieten. Also da gibt es die, die klar auf der Hand liegen. Kanada, Japan, Südkorea, Australien. Aber gibt es nicht auch in den Regionen, die wir dem globalen Süden zurechnen, eigentlich potenzielle Partner, mit denen wir die Zusammenarbeit stärken sollten, weil sie ähnliche Interessen haben und weil sie dem Konzept einer regelbasierten multilateralen Weltordnung genauso viel abgewinnen können wie wir. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat 33 Auslandsbüros und die helfen uns, diese Kooperationspotenziale auszuloten, die wir in Afrika, in Lateinamerika, aber auch in Süd- und Südostasien aufbauen könnten. Wir freuen uns daher ganz besonders, dass die ehemalige brasilianische Umweltministerin Isabella Teixeira hier ist. Und wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen, liebe Gäste aus Indien, aus Südafrika und Brasilien. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Zunächst steigen wir aber mit hoher Kompetenz und hohem Tempo ein mit unserer Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock. Toll, dass du hier bist, Annalena. Das Pendeln zwischen Bundestag und Böll-Stiftung ist heute so ein bisschen der Stil des Tages. Du bist nicht nur die Vorsitzende dieser wunderbaren Partei, sondern du bist studierte Völkerrechtlerin, mit Erfahrung im Europaparlament als Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik, also in diesen Fragen nicht nur in Funktion, sondern mit voller Fachkompetenz, bevor du 2013 auch Mitglied des Bundestages geworden bist. Bevor ich dir jetzt das Pult übergebe, geht ein ganz herzlicher Dank natürlich an Giorgio Franceschini, an Milena Grünewald und an Elisabeth Suh, die diese außenpolitische Jahrestagung für uns so gründlich vorbereitet haben. Vielen Dank. Applaus Liebe Ellen, sehr geehrte Exzellenzen, Minister ade, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank für diese Einladung in diesen bewegten Zeiten. Und ich tue mal das, was man eigentlich nicht tut als Gast. Ich habe mich kritisch mit dem Titel meines Inputs und vielleicht auch des folgenden Podiums auseinandergesetzt, weil ich glaube, diese Zeiten der Umbrüche erwarten vielleicht mehr denn je, dass wir nicht einfach in Reflexe, in einfache Antworten verfallen, sondern vieles hinterfragen, was uns selbstverständlich bisher erscheint. Deswegen werde ich ein paar der einzelnen Wörter jetzt in meinem Vortrag, in meinem Impuls genauer anschauen. Das erste ist Lame Duck oder multilateraler Aktivist. Und die Frage, haben wir überhaupt eine Wahl? Ich würde sagen, nein. Lame Duck, in einer Zeit der Umbrüche zu sein, das ist gar keine Variante, das ist gar keine Option. Und trotzdem hat es das natürlich in den letzten Jahren in einzigen Politikfeldern immer wieder gegeben. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir die Außenpolitik nicht hier ist die Außenpolitik on Block anschauen, sondern die verschiedenen Facetten und Bereiche von Außenpolitik im 21. Jahrhundert. Weil es eben nicht nur klassische diplomatische Beziehungen sind, weil es nicht nur Verteidigungspolitik ist, weil so viele Bereiche mit drinstecken, von der Handelspolitik über die Klimapolitik zur Frauenpolitik, zur Friedenspolitik natürlich, aber selbst Mobilitätsfragen mittlerweile in außenpolitischen Kontexten, das haben wir jetzt erfahren, vielleicht ein mehr oder ein größeres Drückmittel sein könnten als irgendwelche Gewaltandrohungen, wenn plötzlich deutsche Autos nicht mehr exportiert werden können. Daher nein, wir haben keine Wahl, wir können keine Lame Duck sein und wir können uns auf der anderen Seite aber auch nicht den Multilateralismus einfach wieder zurückwünschen. Vielleicht hat es Ihnen ohnehin in dieser Form, wie wir manchmal so denken, wie schön alles früher war, gar nicht gegeben, weil diese gemeinsame, diese liberale internationale Ordnung, von der man immer mal gerne widerspricht, der 90er Jahre war eine Ordnung, die vor allen Dingen für westliche liberale Staaten getragen hat, aber ganz viele Staaten auch ausgegrenzt hat. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen zurück zu dieser Ordnung, dann ist das vielleicht unser deutscher, europäischer Wunsch, aber nicht der Wunsch von denjenigen Staaten, die vor 30, vor 20 Jahren eine ganz andere Entwicklung haben und sagen, Gott sei Dank spielen wir derzeit international eine ganz andere Rolle. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir bedauern müssen, dass es diesen Multilateralismus in dieser Form nicht mehr gibt, sondern dass es eine Riesenchance für uns heute ist, Multilateralismus anders neu zu definieren. Zweitens glaube ich, dass wir aufpassen müssen, wenn wir dieses Multilateralismus zurück zum Multilateralismus fahren, dass wir nicht automatisch sagen, wir müssen Nationalismus bekämpfen und dann ist schon alles wieder gut. Weil ist wirklich die große Gefahr der Nationalismus, klar, wenn man es sich einfach macht, guckt man auf die Bolsonaros, auf die Trumps, auf die Orbans dieser Welt und was stellt man dann fest, dass wir mitten in deutschen Debatten auch Politiker in diesem Land hatten, die eigentlich zu demokratischen Parteien zählen, die sagen, naja, ob der Multilateralismus noch so trägt, das wollen wir doch mal sehen. Oder dass wir auch unter uns als grüne Partei in den letzten Jahren festgestellt haben, je mehr wir über Globalisierung reden, desto mehr ist da der Wunsch nach Heimat und nach Identität. Und dass wir die Frage, wenn wir global agieren wollen, wo kommen wir eigentlich her, wo sind wir zu Hause, viel stärker in unseren Mittelpunkt stellen müssen, das ist, glaube ich, eine Verantwortung und eine Erkenntnis, die wir sehr, sehr ernst nehmen müssen, damit diejenigen, die was ganz anderes im Kopf haben, wenn sie sagen, zurück zur eigenen Heimat, zurück zu Nationalismus, nämlich das Ende des gemeinsamen Miteinanders im Sinn haben, dass die nicht ein so einfaches Spiel haben. Und das sage ich gerade, weil Ellen hat es angesprochen, am Tag des Brexits, weil ich glaube, dass wir es unterschätzt haben, uns zu leicht gemacht haben, da sind einfach die Populisten und die haben es halt nicht richtig verstanden. Dieser Tag schmerzt uns ja alle wahnsinnig. Ich selber hat Ellen Inhalts angesprochen. Ich habe in London Völkerrecht studiert. Alles, was ich über internationale Beziehungen, was ich über die Europäische Union weiß, das habe ich meinem Studium in Großbritannien zu verdanken. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich dieser Tag, sind diese Tage eine Verpflichtung, dass wir die europäische Tür, so schwer es uns fällt, auch mit der derzeitigen Administration weiter weit, weit offen halten, damit Großbritannien irgendwann in das europäische Haus zurückkehren kann. Mein dritter Punkt, wenn ich sage, wir dürfen es uns nicht so einfach zu machen, einfach der Multilateralismus, das ist das, wohin wir zurückkommen, ist, dass Verflechtung an sich erst mal auf den ersten Blick immer positiv scheint. Aber Verflechtung, das haben wir gerade im Bereich von Digitalisierung gesehen, das sehen wir an kritischer Infrastruktur. Man sagt einfach ein bisschen mehr Austausch von Internationalen, dass das immer auch Sicherheitsgefahren mit sich bringen kann. Die ganze Huawei-Debatte ist ja keine Debatte über Antennen, sondern sie ist eine sicherheitspolitische Debatte. Und was wir da gerade für Diskussionen führen, brauchen wir mehr europäische Produkte, müssen wir nicht mehr auf eigene Stärke setzen, ist aus meiner Sicht noch mal essentiell zu begreifen, dass wir nicht einfach immer nur sagen müssen, mehr von einem gemeinsamen Austausch, sondern dass es zentral darauf ankommt, auf welchen Werten, auf welcher Grundlage, auf welchen Rechten basiert diese gemeinsame Zusammenarbeit. Danke Eva, dass du da bist. Und daher mein zweiter Punkt, wenn ich auf den Titel schaue mit Blick auf Lame Duck oder multilateraler Aktivist, dass wir Multilateralismus nicht einfach nur so daher sagen, sondern sehr genau anschauen müssen, über was reden wir, wenn wir über Multilateralismus reden, ist der Punkt, ist Berlin bereit für vertiefte außenpolitische Partnerschaften? Ich glaube, diese Frage muss man mit einem einfachen Nein beantworten, wenn man sich auf Berlin fokussiert. In einer globalisierten Welt, in einer Welt, wo so vieles auseinander gerät, kann Berlin alleine global nicht agieren. Sondern wenn wir wollen, dass Berlin keine Lame Duck ist, dann müssen wir die Außenpolitik, die deutsche Außenpolitik europäisch definieren. Ansonsten haben wir keine Chance. Und deswegen ist der wichtigste Blick für mich dieser Tage der Blick auf die innere Verfasstheit, gerade weil Großbritannien Austritt, aber auch, weil wir ja so eine Erzählung haben von Europa, Deutschland wird zerrieben zwischen den USA und China auf der anderen Seite. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, in welche Richtung gehen wir eigentlich. Ich glaube, wir müssen uns nicht entscheiden, sondern wir müssen uns auf unsere eigene europäische Stärke besinnen, dass wir als europäischer Binnenmarkt die größte Wirtschaftsmacht der Welt sind, größer als China und größer als die USA mit einem BIP von 15 Billionen US-Dollar. Und wenn wir diese Außenpolitik, diese internationale Verantwortung, diesen Multilateralismus auf unsere eigene Stärke, auf Werte und Regeln stellen, dann können wir auf dieser Grundlage auch nicht als Lame Duck agieren, sondern als Akteur in den internationalen Beziehungen, der sich nicht entscheiden muss, sondern der selber Standards und Regeln setzt. Das setzt aber voraus, dass man sich nicht einfach als Empfänger von strategischen Interessen anderer definiert, sondern dass man selber seine außenpolitischen Strategien für sich definiert und festlegt. Und klar ist das derzeit nicht einfach. Das wissen wir in der Europäischen Union, wo es so viele unterschiedliche Interessen und Aktivitäten geben. Aber wenn wir anschauen, wie die Europäische Union vorangekommen ist in den wichtigen Integrationsschritten, dann war das nie, in dem sofort alle per Fingerschnips einig waren, sondern das war das immer bei den großen Integrationsprojekten, sei es der Euro, sei es Schengen gewesen, dass man über Form von der verstärkten Zusammenarbeit gegangen ist. Und wenn wir das uns in außenpolitischen Fragen nicht trauen, auch als Deutsche nicht trauen, dann können wir aus meiner Sicht auf der internationalen Bühne nicht die Rolle spielen, die wir eigentlich spielen müssten. Und diese Rolle hat ganz, ganz viele Facetten, da ich ja nur ein kurzes Input geben will, nenne ich mal die wichtigsten, die aus meiner Seite, aus meiner Sicht mit drinstecken, als multilateraler Akteur auf der internationalen Ebene in der Außenpolitik. Wie gesagt, ich glaube, es ist falsch, das einfach als Sicherheitsfrage zu definieren, sondern die erste Frage ist, weil Europa eine Werteunion ist, wir sind gegründet auf Rule of Law, auf der Einhaltung von Völkerrecht, von Menschenrecht und deswegen ist es unsere zentrale Aufgabe als Europäer, die internationalen Menschenrechtsorganisationen, die internationalen Organisationen der Zusammenarbeit, Rule of Law weltweit zu stützen. Und das klingt erst mal als eine Selbstverständlichkeit und ein Selbstläufer. Es ist es aber nicht. Das müssen wir uns jeden Tag ehrlich machen. Die Unterfinanzierung von Teilorganisationen der Vereinten Nationen. Die Frage von Rule of Law, auch in der Unterstützung der Weiterentwicklung, zum Beispiel im Rahmen des Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Wie viel, wie engagiert arbeiten wir eigentlich am Völkerrecht weltweit zusammen? Oder sagen wir einfach, funktioniert gerade nicht? Ich glaube, die Chancen zu erkennen, dass selbst wenn das Völkerrecht gerade angegriffen wird, sich zu fragen, was ist der Mehrwert von Völkerrecht, auch für Akteure, die draußen stehen, das ist das, was Europa intensiv bringen müsste und bringen kann. Die Frage von Cyber Security, die alle Staaten dieser Welt thematisieren müssen. Da gemeinsam zu Initiativen zu kommen, zu sagen, wir müssen hier neue Konventionen schaffen, ist etwas, was immer angedacht wird, aber nie wirklich vorangebracht wird. Die Frage von Einhaltung des humanitären Völkerrechts, klar kann man, es ist sehr schwierig, weltweit in die Konflikte dieser Welt zu gehen und gerade einzelne Terrormilizgruppen zu sagen, haltet doch mal bitte das Völkerrecht ein. Mit dem moralischen Zeigefinger kommen wir nicht weiter. Aber diese Entwicklung, die es da gerade gibt, ist ja, was bringt das Völkerrecht, und das war immer die Stärke, gerade vom Law of War, vom Kriegsrecht, von den Genfer Konventionen, die Lehrer aus dem Zweiten Weltkrieg, was bringt das auch für die Kriegsparteien, die man moralisch nicht überzeugen kann, weil ansonsten würden sie keinen Krieg führen, in der entscheidenden Situation und dazu Tendenzen zu erkennen, dass es mit Blick auf die Bevölkerung, wie sich Kriegsakteure verhalten, einen riesengroßen Unterschied machen. Ob zivile Ziele angegriffen werden, Krankenhäuser, Schulen angegriffen werden oder nicht, das macht einen Unterschied in der Kriegsführung und das müssen wir aus meiner Sicht deutlich benennen und zwar jeden Tag. Und mit Blick auf internationale Organisationen glaube ich auch, dass wir die Rolle, die wir als Europäer haben, welchen Stellenwert eben nicht, wie gesagt, aus den 90er Jahren übertragen müssen, sondern schauen, welche anderen kleinen Staaten haben ein Interesse an internationalen Organisationen. Wenn sich gerade eine der größten Demokratien die USA zurückziehen aus internationalen Organisationen, einfach zu sagen, funktioniert halt nicht mehr, geben wir auf. Oder sind da nicht andere Länder, die ein Interesse dran haben, aus Afrika, aus Lateinamerika, die wir in diese Institutionen stärker mit einbinden können, weil sie alleine gar nicht funktionieren können. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass es ein Fehler war, selbst wenn man aus so einer europäischen Perspektive kommt und sagt, wir Europäer müssen souverän und selbstbewusst auftreten, dass man mit Blick auf den IWF gleich gesagt hat, natürlich muss es ein Europäer oder eine Europäerin sein, die an den IWF mit vorrückt. Wenn wir internationale Organisationen stärken wollen und es sind nicht automatisch alle Länder mit dabei, da müssen wir glaube ich schauen, das ist mein dritter Punkt dieses Vortrages, wie können wir außenpolitische Partnerschaften, wie können wir Allianzen schaffen, die über die alte klassische Logik hinausgehen. Und da spielen die internationalen Institutionen eine große Rolle. Der zweite Bereich, auch wieder herausgebrochen aus der Außenpolitik, ist aus meiner Sicht der Klimaschutz und die Energiepolitik. Vielleicht ein netter Zufall, aber es ist so, dieses Jahr haben wir nicht nur 20 Jahre außenpolitische Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung, sondern nachher gehen einige von uns noch zum BEE, zum Verband der Erneuerbaren Energien rüber. Da feiert man dann 20 Jahre EEG. Und die Frage von Energiepolitik als Teil von Außenpolitik ist was, was wir als Grüne jahrelang mitdiskutiert haben. Wir merken aber bei allen Konflikten, die derzeit mit anstehen, schauen wir nur in die Ukraine, gucken wir auf Nord Stream 2, schauen wir auf die Importe, die wir aus anderen Ländern haben, dass Energiepolitik ein entscheidender Teil von einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik sein muss und wird. Und da gibt es neue Kooperationsformen, wenn wir über neue Kooperationen reden, die aus meiner Sicht von Europa noch viel stärker angegangen werden müssten. Mit Blick auf Afrika hat man auf der Klimakonferenz 2015 versprochen, dass man Energiepartnerschaften mit einzelnen afrikanischen Ländern eingeht, punktuell unterstützt beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ein gutes Konzept, aber eben punktuell alleine gedacht. Was macht China, wenn man nach Afrika schaut, in einer Dimension, die noch viel, viel, viel größer ist, sodass wir als Europäer da eben nicht die entscheidende Rolle spielen. Weil, und ich glaube, das ist mein dritter Punkt bei der Aufgliederung von Außenpolitik, die ganze Frage von den ökonomischen, den der Außenpolitik bisher unterschätzt wird. Wer sich mit Außenwirtschaftspolitik beschäftigt, ist jetzt nicht so der Star im Deutschen Bundestag, sondern das ist so ein Nischenthema, was eigentlich gar nicht vorkommt. Aber dass Außenwirtschaftspolitik ein zentraler Bestandteil auch von einer gemeinsamen Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert ist, das ist, glaube ich, was wir intensiv daran arbeiten müssen. Wir sehen das nicht nur mit Blick auf China und Afrika, sondern natürlich auch beim One Belt Project mit Blick auf Europa, wenn eben diese Formen von Außenwirtschaftspolitik eingesetzt werden für strategische Zugänge auch auf dem europäischen Markt. Wir sehen das, wie gesagt, aber auch mit Blick auf Afrika und wir sehen das sogar in Deutschland mit Blick auf kritische Infrastruktur. Das ist eben nicht nur die 5G-Frage, sondern es beginnt bei anderen Investitionen, gerade auch im Gasbereich, wo sich die Frage stellt, müssen wir eigentlich mit Blick auf die Sicherheit viel, viel stärker schauen, dass es nicht nur eine Energiefrage ist. Und da haben wir als Europäer einen großen Mehrwert in der Unterhand, dass wir als europäischer Binnenmarkt ja eigentlich die ganze Frage von Wettbewerbsrecht vom freien Märkten schon definiert haben. Also die Standards dafür, wer darf eigentlich wo rein investieren, welche Anteile darf man behalten, die haben wir als Europäer schon gesetzt. Sie sind nicht nur nicht niedergeschrieben in den derzeitigen Beziehungen, dass die Reziprozität eben auch für Drittakteure in Europa gilt. Und das, wie stärker in die Außenpolitik mit einzubeziehen, ist aus meiner Sicht was, wo man aus einer Lame Duck einen wirklichen europäischen Akteur machen kann. Man hat das zum Beispiel bei der Rekordkartellstrafe gesehen, die die EU-Kommission verhangen hat, damals gegen Google von 2,4 Milliarden Euro. Wenn es einmal den Mut gibt, auch deutlich zu machen, die Standards, die in Europa gelten, die gelten auch für andere Akteure, auch wieder eine Sicherheitsfrage, Datenschutzbestimmung, dann kann man als Europäer hier auch für die gemeinsamen Standards eintreten. Der vierte Punkt ist die Währungspolitik. Lange was, was wir als gegeben hingenommen haben, gerade auch in außenpolitischen Beziehungen. Und wenn wir jetzt auf Atom-Deals, Atombomben schauen, ist die Frage von Währung vielleicht unser schärfstes Schwert, um für Sicherheit im Nahen Osten zu sorgen. Nämlich bei der Frage, wenn wir eigentlich ein Finanzierungsmechanismus schaffen könnten, der wirklich trägt, der uns unabhängig macht von dem US-Dollar als Leitwährung, indem wir nämlich den Euro als Leitwährung schaffen würden, dann hätten wir eine sicherheitspolitische Unabhängigkeit, die viel, viel mehr wert ist, als wir derzeit annehmen. Deswegen ist die Frage von Währungsunion, und das war auch immer ja unser Ansatz in der ganzen Euro-Krise nicht nur eine Frage von Fiskalpolitik, sondern es ist eine Frage auch wieder von Sicherheitspolitik, ob die Europäer gemeinsam dafür beitragen, dass wir den Euro in Zukunft zur globalen Leitwährung machen können. Viele andere Bereiche, die Frauenpolitik, die Menschenrechtspolitik, sind entscheidende Punkte, die natürlich Außenpolitik und die Akteure Europas mitbestimmen. Haben wir jetzt nicht die ganze Zeit darauf einzugehen, deswegen der fünfte Punkt, natürlich dann auch die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und da erleben wir in diesen Zeiten, dass wir uns auf multilaterale Gewissheiten eben nicht mehr verlassen können, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Dass für unsere Sicherheit, für unseren eigenen Schutz wir als Europäer viel stärker unsere eigene Verantwortung übernehmen müssen, dass wir definieren müssen, wie wir gemeinsam in der Außen- und Sicherheitspolitik vorankommen. Und das setzt voraus, dass wir über Rüstungsexporte, dass wir über Fragen von Parlaments vorbehalten, gemeinsam mit unseren europäischen Freundinnen und Freunden sprechen, weil allein die Rüstungsaufgaben im Militärbereich über den Verteidigungsfonds zu erhöhen, da werden wir nicht weiterkommen, sondern wir müssen zu einer gemeinsam wirklich strategischen Sicherheitspolitik kommen. Und da werden wir um die Frage, was passiert im Rüstungsexportbereich und was passiert bei gemeinsamen Einsätzen aus meiner Sicht am Ende nicht drumherum kommen. Ich bin überzeugt, dass, wenn wir nicht bereit sind, Außenpolitik, Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik europäisch zu denken und in den verschiedenen Facetten von Politikbereichen zu denken, wir wirklich Gefahr laufen, zerrieben zu werden zwischen anderen Akteuren. Ja, weil vieles schneller geht. Und das ist mir wichtig, wenn man auch weltweit gerade diskutiert. In China geht doch auch alles so schnell mit dem Infrastrukturausbau, mit der Digitalisierung. In anderen Ländern kann man doch auch heute einfach entschieden, wir ziehen unsere Truppen ab oder wir marschieren ein. Wir dürfen, glaube ich, in diesen Zeiten nicht vergessen, dass es keine Stärke für eine Gesellschaft ist, autoritär schnell durchregiert zu werden, sondern dass es eine Schwäche ist. Und dass der Kompromiss, das Verhandeln in Parlamenten und auch das Verhandeln in der Europäischen Union gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen, unser Miteinander in Europa prägt. Darauf sind wir als Europäerinnen und Europäer gebaut. Und deswegen diese Mühen auf sich zu nehmen, in diese Diskussion, in ihrer Differenziertheit einzugehen, zu begreifen, dass Außenpolitik nicht bedeutet, und das ist mein letzter Punkt mit Blick auf die Überschrift, aktivistisch zu sagen, und heute marschieren wir ein und morgen schaffen wir Sanktionen gegen die Automobilindustrie, sondern Außenpolitik davon lebt, gerade nicht den Aktionismus zu verfallen, sondern sich die Mühe zu machen, die differenzierten Gegebenheiten anzuschauen, mit welchen politischen Instrumenten wir vorankommen können. Das ist aller Mühen wert. Und das funktioniert vielleicht in diesen Tagen im internationalen Kontext, nicht nur, indem sich 196 Staaten auf einen völkerrechtlichen Vertrag begeben, sondern, und das ist ja auch die Initiative von Deutschland und Frankreich und den anderen 50 Staaten einer gemeinsamen Allianz zu schauen, wo kann Kooperation darüber hinaus stattfinden, nämlich zwischen Hauptstädten dieser Welt, zwischen Regionen dieser Welt, zwischen Parlamenten dieser Welt, egal ob in der Außenpolitik, bei den Menschenrechten oder in der Klimapolitik. Und das als Chance zu begreifen und nicht als Gefahr. Ich glaube, das ist aller Mühen wert und daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank, Annalena, für diese klaren Worte, die uns wahrscheinlich viel an Impulsen und Anstoß zur Diskussion gegeben haben. Ich wollte auch nochmal Danke sagen, dass du es geschafft hast zu kommen. Ich bin Giorgio Franceschini, der Referent für Außen- und Sicherheitspolitik. Ich organisiere mit meinen Kolleginnen diese Tagung. Ich habe bis vor einer halben Stunde vor der Tagung gezittert, ob Annalena Baerbock kommt. Ich weiß um deinen vollen Terminkalender. Umso mehr schätze ich es, dass du es geschafft hast. Und wie viele Parteien gibt es, wo die Parteivorsitzende sich aufs Fahrrad schmeißt, schnell hier herradelt, um diese wunderbare Rede zu halten. Nochmals vielen Dank, Annalena Baerbock. Applaus Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, wir haben jetzt durch Alan Überschers und Annalenas Rede viel an Impulsen gehört über den neuen Multilateralismus, die wir jetzt vertiefen möchten. Und wir werden es vertiefen mit unserem Panel, das sich jetzt langsam auf die Bühne bitte. Und dessen Moderator ich Ihnen kurz vorstellen möchte, Jan Techau leitet das Europaprogramm des German Marshall Funds of the United States hier in Berlin. Er ist der ehemalige Direktor des Richard Holbrook Forums der American Academy in Berlin, ehemaliger Direktor von Carnegie Europe in Brüssel und ehemaliger Mitarbeiter des NATO Defense College in Rom. Jan Techau war darüber hinaus in leitender Funktion beim Alfred von Oppenheim Zentrum für europäische Zukunftsfragen der DGAP tätig und arbeitete für das Bundesministerium der Verteidigung. Also alles da. Wir beginnen diese erste Runde in Deutsch und wir beginnen sie auch mit einer nationalen Selbstbefragung. Wir haben die hochtrabenden Pläne auch gehört, eine Allianz für den Multilateralismus. Und die Frage ist jetzt noch mal die Punkte, die Annalena aufgeworfen hat, ob es sich hier, ob Deutschland oder Berlin die lahme Ente ist oder multilaterale Aktivist. Herr Techau, the floor is yours. Herzlichen Dank, Giorgio Franceschini und auch der Böll Stiftung Ellen Überscher für die Einladung und für die Gelegenheit, hier diese Tagung, die in Berlin ja ein fester Punkt im Kalender ist, sozusagen beginnen zu dürfen. Das ist ganz toll, auch mit diesem Thema. Vielen Dank dafür. Mit mir diskutieren werden diese drei Mitstreiter, alle vermutlich in den außenpolitischen Kreisen in Berlin sehr gut bekannt. Daniela Schwarzer, hier gleich rechts neben mir als Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und mit vielen anderen Tätigkeiten im außenpolitischen, aber auch im journalistischen Bereich. Omid Nouripour, Abgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und gleichzeitig einer der wichtigsten lebenden Eintracht Frankfurt-Fans auf diesem Planeten. Und Arnd Freitag-Loringhofen, der jetzt seit einigen Monaten der Sonderbotschafter ist, der Bundesrepublik Deutschland für die Allianz für den Multilateralismus, unmittelbar vorher in führender Tätigkeit in der NATO. Und darauf komme ich auch gleich noch einmal zurück. Ich würde gerne Daniela fragen mit Blick auf den Titel, der hier uns vorgegeben ist, die Frage nach der lahmen Ente oder dem Aktivisten. Es gibt ja, wenn man also sozusagen die Positivbilanz auffalten will, eine Menge Aktivismus. Es gibt Deutschland als außenpolitischen Akteur vielleicht in einer Form, wie es das vor fünf, sechs oder acht Jahren noch nicht gab. Wir hatten kürzlich die Große Libyen-Konferenz hier, die von Deutschland vorbereitet wurde, auch lange vorbereitet wurde. Wir haben die Allianz für den Multilateralismus im September vorgestellt, vor den Vereinten Nationen. Auch auf dem Balkan gibt es einen Berlin-Prozess, schon seit vielen Jahren, wo Deutschland sich einer führenden Rolle auch rühmt in gewisser Weise. Wir haben mehr ausgegeben für Verteidigung. Es sind vielleicht nicht zwei Prozent, aber es ist ein deutlicher Schluck mehr. Wir haben Soldaten in Litauen, im Irak, auch in Jordanien. Und wir sind vielleicht die führende Kraft in Europa, was die Sanktionen gegen Russland angeht. Es ist also jede Menge Aktivität eigentlich da. Meine Frage an ich, wenn wir schon aktiv sind, sind wir auch wirksam. Denn es ist ein Unterschied zwischen Aktivismus und tatsächlicher Wirksamkeit. Sind diese Beiträge, das sind ja nur ein paar Beispiele, in der Art und Weise wirksam, dass wir sagen können, Deutschland ist ein tragender, sozusagen Zuarbeiter für diese Ordnung, die wir erhalten oder vielleicht auch wiederherstellen wollen. Vielen Dank für die Eingangsfrage und danke, dass ich heute mit dabei sein darf. In der Tat ist es wichtig, zwischen Aktivität und Aktivismus zu differenzieren. Aktivismus würde ich per se nicht als positiv sehen. Aktivitäten, sehr wichtig. Und Deutschland hat in der Tat in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass es zumindest diplomatisch bereit ist, sich stärker zu engagieren. Dass die Libyen-Konferenz in dieser Form in Berlin zusammengekommen ist, ist nur möglich gewesen, weil es da ein sehr starkes diplomatisches Engagement gab, um alle zu überzeugen, überhaupt herzukommen. Aber die Frage ist in der Tat, ob die Politiken, und da würde ich auch die Allianz für den Multilateralismus einbeziehen, ob die tatsächlich allein mit den Mitteln, die im Moment eingesetzt werden von deutscher Seite, Wirksamkeit zeigen können. Und wenn man sich jetzt die Liste, die die Annalena Baerbock präsentiert hat, was in Europa allein nötig ist, um als globaler Akteur angesichts des wandelnden internationalen Systems und der Machtverschiebung in der Welt wirksam zu werden, dann ist eigentlich klar, dass Deutschland auch ganz stark eine europapolitische Agenda fahren muss. Und wenn wir uns da die letzten Jahre angucken und nochmal bei der Bilanz zu bleiben, wo wir eigentlich sind, dann würde ich sagen, haben wir uns lange nicht genug engagiert, weil es sehr viel Aufwand und sehr viel die Investitionen politisch, aber auch finanziell bedeutet, Europa voranzubringen. Es wird auch in der Europäischen Union nicht einfacher, Einigung herzustellen. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal sehr stark mit uns selber ins Gericht gehen, wie engagiert wir eigentlich wirklich auftreten wollen und was wir glauben, was an Engagement nötig ist, um dann wirksame europäische Politik zu machen. Ich habe eine Nachfrage, die eigentlich auch an die Politikwissenschaftlerin, Darina Schwarzer geht, nämlich die Frage, wenn wir über diese Ordnung sprechen, über den Erhalt von Ordnung, über den Wiederaufbau von Ordnung, die Ausweitung von Ordnung auch auf Bereiche, auf Länder, die vielleicht vorher nicht daran teilnehmen und teilhaben konnten, wie viel von dieser Ordnung wird eigentlich tatsächlich in multilateralen Strukturen errungen und verteidigt? Und wie viel davon wird errungen und verteidigt durch starke Mächte, die dem Ganzen einen Muskel geben? Kann man das so gegeneinander abwägen oder ist das eine irrige Frage? Ich glaube, dass es zum Aufbau von Ordnungsstrukturen immer ganz starke Führungsmächte braucht, die die Ordnung formen und die ja auch die Glaubwürdigkeit geben, dass sie tatsächlich für die Durchsetzung der Prinzipien und der gemeinsam vereinbarten Ziele mitstehen. Natürlich kann man dann im Rahmen von Ordnungsstrukturen Sanktionsmechanismen aufbauen, man kann Schiedsgerichte einrichten und das damit dann in der Institution institutionalisieren und auch letztendlich auf eine breitere Basis stellen. Aber, und das ist auch meine Beobachtung zu der Allianz der Multilateralisten, es ist ein Zusammenschluss von Staaten, die sich hehre Ziele gesetzt haben. Aber die Frage ist, wie kann man die Staaten, die dabei sind, denn auf ihre eigenen gemeinsam vereinbarten Ziele verpflichten? Und da die Allianz keine Sanktionsmechanismen hat, bedarf es da ganz starker politischer Führung, wenn man weiterkommen will. Und wenn man in ein, zwei, drei Jahren zurückblicken möchte und gucken möchte, ob man jetzt in den sechs prioritären Feldern beispielsweise wirklich Ziele erreicht hat, dann wird man das wahrscheinlich nur sehen, wenn es tatsächlich sehr, sehr starke Führung gibt. Und es gibt ja Initiatoren, dazu gehören Deutschland oder das sind, Deutschland und Frankreich, dann noch zusammen mit vier anderen Staaten als Hosts. Aber die Frage ist, wer von denen ist denn bereit, wenn man sieht, dass es Staaten gibt, die davon abweichen, was sie vereinbart haben, wirklich auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wir haben das aber vereinbart und mit welchen, letztendlich mit welchen Instrumenten und Mitteln setzt man dann dieses gemeinsam vereinbarte Ziel durch. Wer ist bereit, diese Führung zu liefern? Ich komme zu dir. Du bist Abgeordneter für eine Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Aufgabe der Opposition ist auch, ambitionierte Gegenprogramme aufzustellen, der Regierung nicht nur den Spiegel vorzuhalten, sondern auch nachzuweisen, dass man es selber besser kann. Was ist die grüne Ambition für diese Form von Führung, von der Daniela gerade sprach, für den Multilateralismus, den wir erhalten und stärken wollen? Ich muss ein bisschen ketzerisch anfangen. Ich war nie Fan von Sigmar Gabriel, als er Außenminister war. Ich wünsche den mir jeden Tag zurück. Und das besser zu machen, was gerade ist, ist nicht so schwer, ehrlich gesagt. Wenn ich ganz kurz zur Überschrift was sagen darf, was offensichtlich ist, ist, wenn wir nichts tun, landen wir als lame duck. Aber wie wir es nicht vermeiden können, ist, wenn wir ein Reaktivist werden. Die Liste der Dinge, die du gerade benannt hast, bis auf diese Allianz, die wiederum am Ende auch eine größere Reaktion ist, nichts davon ist Initiativ. Alles sind Reaktionen auf Dinge, die längst gelaufen sind. Diese Libyen-Konferenz war ein Riesen-Highlight. Ich habe mich so gefreut, weil endlich die Bundesregierung die Anmutung erwecken wollte, dass Diplomatie überhaupt wirken kann. Aber ehrlich gesagt, weil die ein Jahr zu spät war, wissen wir nicht, aber ein bisschen sehr spät. Und dass diejenigen, die dort waren, Papiere unterschrieben haben, am Tag danach begonnen haben, auch tatsächlich ihre eigenen Commitments zu brechen, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Machtverhältnisse mittlerweile geschaffen haben, die nur möglich waren, weil die europäische Uneinigkeit ein Riesenvakuum hinterlassen hat in Libyen. Ein Beispiel, wenn man sich auf Flightradar anguckt, was seit der Konferenz passiert ist, es gab allein 40 Großfrachterflüge von Abu Dhabi nach Benghazi. Und das sind nicht die einzigen, von denen man ausgehen muss, dass da nicht nur Blumentöpfe drin sind. Und deshalb ist die Frage, zu sagen, wie wir initiativ werden, eine Zentrale, das wäre das Erste. Das Zweite ist, wenn auch Initiativen aus Europa, innerhalb Europas kommen, um den Laden auch nach Vordermann zu bringen, dann wünsche ich mir auch darauf wenigstens eine beherzte Reaktion. Es gab diese 28 Op-Ads, also Namensbeiträge von Macron in allen Sprachen am gleichen Tag, im gleichen Wortlaut. Ich fand den lyrischen Teil großartig. Da ging es darum, wie wir Europa wieder zusammenführen können. Dort, wo es darum ging, was wir denn genau tun sollten, fand ich das nicht mehr ganz so großartig, aber man muss es diskutieren. Es gibt bis heute keine Reaktion der Bundesregierung auf das, was Macron dort aufgeschrieben hat, als Initiativen. Die einzige Antwort kam aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Und das ist ein Riesenproblem. Die können sich da sitzen und sagen, wir müssten mal was machen, wir müssten jetzt endlich mal die Initiative ergreifen, damit die Europäische Union zusammenkommt, aber am Ende des Tages dann nichts tun, reicht nicht. Nochmal, ich bin mit ganz vielen, was Macron vorschlägt, überhaupt nicht einverstanden. Und das Letzte ist, Multilateralismus ist ja eigentlich etwas, was die Stärkeren sich immer weniger wünschen, weil sie ja unilateral handeln können, weil die transaktional tatsächlich auch nach vorne gehen können. Und das, was sich ja massiv verändert hat, was ja auch diese Allianz dann aus der Sicht des Auswärtigen Amtes notwendig gemacht hat, ist ja die Veränderung der Rolle der Amerikaner, wobei die Amerikaner nie komplett multilateral waren. Es gab ja keinen Tag seit Ende des Zweiten Weltkrieges, an dem die Amerikaner sich komplett am Völkerrecht unterstellt haben. Aber wir sehen ja, dass die Rhetorik der amerikanischen Seite diese offen zur Schau gestellte Verachtung für den Multilateralismus plötzlich die Situation herbeiführt, dass der KP-Führer aus China und der Anführer vom Kreml rausgehen und sagen, aber wir sind multilateral. Das sind Gutwetter-Multilateralisten. Wenn es um das südchinesische Meer geht, gilt das dann nicht mehr. Wenn es um die Krim geht und viele andere Dinge geht es auch nicht mehr. Aber gerade wir haben ein Interesse daran, dass der Multilateralismus ja hält. Und deshalb müssen wir natürlich gucken, dass wir diese verschiedenen Seiten nicht nur an Commitments auch erinnern, sondern auch gucken, innerhalb unserer Allianzen, Werteallianzen und natürlich allen voran innerhalb der Europäischen Union, nicht nationale Egoismen vor Interessen anderer zu stellen. Ein Beispiel, und dann höre ich auf, Nord Stream ist so ein Beispiel. Diese Pipeline ist auf Kosten zahlreicher anderer europäischen Staaten. Das kann niemand erklären, warum das ein Beitrag dazu sein sollte, dass wir das bringen, was am wichtigsten ist, nämlich den Zusammenhalt der Europäischen Union herzustellen. Ich muss noch mal nachfragen, weil es mir um die Ambition geht, die man ja auch bei dir raushört. Da ist ja eine Ungeduld und auch ein Wille, was anders zu machen. Jetzt bist du in der Partei, du bist im Bundestag, du bist draußen im Land unterwegs und auch international. Die Frage, die ich oft höre, wenn ich in Paris war, so wie diese Woche oder auch anderswo in Europa, in Brüssel, wo ist die Kraftquelle, die Deutschland sozusagen aufschließt? Wo kann die Ambition herkommen? Ich habe zwei Beispiele dazu. Das eine Beispiel ist, auch im Reaktiven funktioniert es ja nicht richtig. Am 3. Januar gibt es den Luftschlag der Amerikaner auf den Flughafen von Bagdad und danach beginnt eine Kaskade von Reaktionen, die noch lange nicht zu Ende sind, leider Gott. Was dringend notwendig wäre, wäre ein Außenminister, der mehr CO2 produziert, in ein Flugzeug steigt, nach Riad fährt und dafür sorgt und wenigstens den Versuch startet, dass die Reaktion auf die Überreaktion nicht die Eskalation weiter voranschreiten lässt. Nun sind die Saudis seit diesem Tag echt besonnen gewesen. Ich bin dafür total dankbar. Aber da war ja gar nichts. Niemand verlangt von Heiko Maas, dass er die Probleme der Welt auf einen Schlag löst. Aber nicht einmal ihn kämpfen zu sehen, unterminiert natürlich auch die Glaubwürdigkeit der Wirksamkeit von Diplomatie in unserer Öffentlichkeit. Und das muss aufhören. Das Zweite ist aber natürlich, dass wir nochmal schauen müssen und alles dafür tun müssen, dass wir als Europäische Union wieder zusammenkommen, zusammenbleiben und viele und natürlich auch nicht immer nur in dieser selbstverständlichen Uneinigkeit, die uns lehmt, auch verharren. Annalena hat, glaube ich, ganz vieles gesagt. Ich würde das eine Thema, nämlich sozusagen, wie man gleichzeitig gerade auch vorangehen kann mit diesem Begriff, den Sarkozy, glaube ich, mal erfunden hat, nämlich variable Geometrien beschreiben. Es gibt vieles, was man zusammen machen kann. Lass mal machen. Es gibt so vieles, was auch fünf Staaten in der Europäischen Union zusammen starten können. Ich habe nichts dagegen, dass das einfach vorangeht und wir dann tatsächlich vorankommen. Wenn die Griechen Hilfe brauchen jetzt auf ihren Inseln, dann gibt es nicht nur Deutschland, da gibt es auch ein paar andere Staaten, die bereit wären zu helfen. Lass uns das machen. Das schafft Vertrauen, Solidarität und schafft auch tatsächlich am Ende des Tages, dass man einander beisteht, eine Erfahrung, die in den letzten Jahren viel zu oft verletzt worden ist in der Europäischen Union. Omid, ich muss ein drittes Mal probieren, weil ich dich nicht von der Angel lassen kann. Natürlich verstehe ich, dass ein Oppositionspolitiker muss kritisieren und das ist alles richtig. Ich möchte gerne von dir hören, wo wir es hernehmen. Wo nehmen wir her, dass wir diesen Switch umlegen, dass diese Passivität, die du beschreibst, dieses Reaktive, dass wir das abschalten können. Wo gibt es die Mehrheiten? Wo gibt es das Geld dafür? Wo gibt es die Risikobereitschaft dafür? Wer erklärt es dem? Wo soll das herkommen? Das Risikobereitschaft ist, ehrlich gesagt, ist alles da, was man braucht. Man braucht dafür Mut auf zwei Arten. Das eine ist der Mut, sich der deutschen Öffentlichkeit auch zu stellen und zu sagen, liebe Leute, wir werden jetzt mit den Amerikanern hart verhandeln müssen. Wir wollen nicht, dass das Zölle kommen auf unsere Autos. Wir finden diese Drohung wegen des Atomabkommens unerträglich. Wir werden unsere Prioritäten so und so setzen und deshalb werden wir mit tatsächlich auch aufstehen. Das Zweite ist den Amerikanern zu sagen, wir finden eure Politik dem iranischen Atomabkommen gegenüber vollkommen falsch. Unsere höchste Priorität ist eine Vermeidung der Nuklearisierung des Nahen Ostens und deshalb werden wir leider Gottes, und das ist nichts, was mir gefällt, auch jetzt nach Peking und nach Moskau fliegen müssen, um zu überlegen, wie wir eure Politik in diesem segmentoralen Bereich auch containen, tatsächlich auch eindämmen können. Dieser Mut fehlt. Alles andere ist ehrlich gesagt da. Man muss die deutsche Öffentlichkeit konfrontieren. Die Leute verstehen das. Man muss einfach mit den Leuten sprechen. Es gab eine riesige Zustimmung und die ist aber nie abgefragt worden in der deutschen Öffentlichkeit darüber, wie man denn den Menschen auf den Bergen in Singar helfen kann, wie man den Jesidinnen helfen kann. Weil die Leute Empathie haben, weil sie wissen, wenn es notwendig ist. Was an dieser Blase hier verfehlt ist, ist irgendein Problem bei der Welt beginnt. Ein Außenminister sagt, wir brauchen eine politische Lösung, obwohl das Auswärtige Amt ja die personelle Substanz dafür gar nicht hat, weil so viel abgebaut worden ist. Und der Rest der Blase diskutiert über möglichen Militäreinsatz. Alles, was dazwischen kommen kann, das fehlt ja in der Debatte. Und das ist falsch. Moment, vielen Dank. Ich muss jetzt zum Auswärtigen Amt schalten. Das ist schon ganz ungeduldig. Hier setzt uns natürlich auch einen Beitrag leisten. Du bist in der NATO gewesen. Ich komme sofort auf die Allianz, aber ich muss dich noch eine Sache vorher fragen. Und zwar warst du ja in der NATO zuständig auch für die geheimdienstliche Zusammenarbeit der NATO-Mitglieder. Also an einem Punkt, wo Multilateralismus auch mal richtig wehtun kann, weil es da um Vertrauen geht und ums Eingemachte. Aus deiner Beobachtung in dieser Erfahrung in der NATO. Was ist sozusagen die geheime Zutat, die Multilateralismus funktionieren lässt, beziehungsweise was fehlt, wenn es nicht funktioniert? Was ist aus deiner praktischen Erfahrung vor Ort? Ja, auch für mich vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mir juckt es jetzt wirklich in vielerlei Hinsicht schon in den Fingern. Also jede internationale Organisation oder Institution ist natürlich ganz anders aufgebaut. Was bei der NATO spezifisch ist, ist es die überragende Rolle der USA. Das ist vollkommen klar. Das unterscheidet sie zu etwa von der Europäischen Union. Insofern ist das Zurechtkommende, die Auseinandersetzung mit der Trumpschen NATO-Politik das überragende Thema der letzten Jahre gewesen. Er hat ja damit angefangen, dass er gesagt hat, NATO ist obsolet und macht die falschen Dinge. Und es gab auch ein NATO-Gipfel, wo die Stimmung extrem aufgeheizt war. Und ich denke, das Wesentliche war eigentlich, dass die NATO in den letzten Jahren extrem in Bewegung und in der Adaptation geblieben ist. Nicht nur was das Geld angeht und die 2-Prozent-Debatte, sondern es sind ja sehr, sehr viele Reformen passiert. Die waren, da gab es immer Spannungen zwischen Osten und Süden etwa, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich das, was trägt, dass der Eindruck, dass die NATO und vor allem auch die USA als Sicherheitsschutz für den NATO-Raum nach wie vor absolut unverzichtbar ist. Das ist der Kitz und der ist Johor Schuppels constantly. Und jetzt, wenn ich darf, ein, zwei Punkte gegen das Lame Duck-Bundesregierung. Es gibt eine ganze Menge Beispiele, die dem widersprechen. Die Linien-Konferenz mal als erstes, aber etwa auch die Initiative, die mein Minister gerade in der NATO eingebracht hat, nämlich nicht nur auf die Deterrence and Defense, sondern sondern auf die politische Dimension der NATO zu schauen. Und das war in der Tat weniger belichtet in den letzten Jahren. Und da hat er absolut einen Nerv getroffen, der jetzt auch mit dieser neuen Reflexionsgruppe aufgegriffen worden ist. Jetzt zu deiner neuen Aufgabe. Vielen Dank dafür. Und vielleicht können wir darüber nachher auch noch ein oder zwei andere Worte verlieren, wie das intern funktioniert. Aber ich muss natürlich jetzt nach der Allianz fragen, für die du sozusagen jetzt kuratorisch zuständig bist im Auswärtigen Amt. Wir haben eben viel über Ambitionen gesprochen, über den deutschen Willen oder vielleicht auch den Unwillen oder das, was nicht geleistet wird, obwohl es geleistet werden muss. Ist die Allianz für den Multilateralismus der Level of Ambition? Ist das da, wo wir stehen als Land? Ist das das, was wir wollen? Oder wie müssen wir das eigentlich einsortieren? Es liegt so ein bisschen quer zu vielen anderen Dingen. Absolut. Und ich glaube, es wird auch vielfach, nicht richtig verstanden, was das Level of Ambition davon ist. Es ersetzt in keiner Weise etwa die europapolitische Agenda. Das ist meiner Ansicht nach immer noch das Allerwichtigste in unserer, das ist ja nicht nur Außenpolitik, sondern die Allianz ist eine Antwort von vielen auf diese sehr grundsätzliche Krise, mit der wir zu tun haben. Und die hat auch nicht nur mit Trump zu tun, die geht ja sehr viel tiefer. Und es ist auch Russland und auch China, die geopolitischen Verschiebungen, die Enttäuschung über die Globalisierung. Es gibt ganz, ganz viele sehr tiefe Gründe, die sich da eben verdichten zu der Krise. Die Allianz soll sozusagen unterstützen, soll die Arbeit von anderen internationalen Organisationen und Institutionen unterstützen, sie nicht ersetzen, sie ist nicht eine eigene Institution, jedenfalls bisher nicht so konzipiert, sondern als flexibles Netzwerk themenorientiert. Wir versuchen also Themen zu finden, die sehr, sehr vielen Ländern auf den Nägel brennen und dort politisch zu mobilisieren. Das ist für mich das Wesentliche, dass man quasi politische Kampagnen macht mit möglichst vielen anderen Ländern, aber nicht nur staatlich, sondern es hat grundsätzlich auch einen Multi-Stakeholder-Ansatz, auch mit NGOs und Thinktanks und vielen anderen mehr. Es ist zum Beispiel mit diesem Paris Peace Forum sehr eng vernetzt, was diesen Multi-Stakeholder-Ansatz hat. Und wir haben eine Reihe von großen prioritären Themen uns ausgewählt und jeweils stellvertretend sozusagen konkrete Initiativen. Das ist ein Anfang. Ich will nur mal eine herausgreifen, nämlich Killer-Roboter oder Lethal Autonomous Weapon Systems. Da ist nämlich ein Fall, wo wir bereits ein Resultat einfahren konnten, jedenfalls ein erstes durch die Mobilisierung, weil wir bei der Außenministerkonferenz im September elf Prinzipien vorgeschlagen haben und wenige Monate danach haben über 120 Staaten in Genf bei einer Vertragsstaatenkonferenz genau diese elf Prinzipien angenommen. Ein Anfang, das ist noch keine Konvention, aber es zeigt, und das ist eigentlich das Wichtige, dass es sehr viel politisches Interesse bei mittelgroßen Staaten, kleineren Staaten, größeren Staaten in aller Welt gibt. Wir waren sehr positiv überrascht, als wir das erste Treffen in New York gemacht haben, dass da nicht zehn oder 15 Außenminister kamen, sondern über 50. Und es gibt da ganz klar eine etwas schweigende Mehrheit von sehr vielen Ländern und eben nicht nur im Westen, sondern in allen Teilen der Welt, die man hier abholen kann. Und das ist eine Plattform, mit der wir weitermachen. Aber es ersetzt nicht in irgendeiner Weise unsere UNO-Politik oder schon gar nicht die europäische. Also, Daniela, kein Ersatz, keine neue Organisation, sondern eine Art Hilfskonstrukt, die den sozusagen jetzt lahmenden anderen Organisationen wieder auf die Beine helfen soll. Wie viel von diesem Multilateralismus ist denn eigentlich über das Stärken, oder bei wie viel davon geht es um das Stärken bestehender Allianzen? Und wie viel davon ist Schaffung neuer Allianzen? Also, so wie die Allianz für Multilateralismus gestartet ist, hat sie ja tatsächlich sich auf eine Art in dem bestehenden Rahmen stark verortet, im VN-Rahmen. Allerdings die VN referenziert eigentlich gar nicht drauf. Man findet auf der Website keinen Link und so. Es ist, glaube ich, ein Anfüttern von Ideen in den bestehenden Rahmen. Aber es ist weit weg von, so wie nehme ich das zumindest wahr, von einer Partnerschaft der Institutionen. Insgesamt, finde ich, kriegt die Allianz sehr wenig Sichtbarkeit, auch bei uns letztendlich. Man muss richtig danach suchen, bis man sie findet. Und so wie ich sie wahrnehme in ihrer tatsächlichen Existenz und ihrem Potenzial, ist es tatsächlich ein Raum, der dazu dienen kann, gemeinsame Initiativen zu entwickeln, die dann aber irgendwo anders eingefüttert werden müssen. Weil ihr sonst das Instrumentarium fehlt, die Aufgaben von anderen Organisationen zu übernehmen. Was wir uns aber schon fragen müssen, und das war ja auch Teil deiner Frage, wie geht es weiter mit den bestehenden Organisationen? Und was man im Moment sieht, ist, dass wir letztendlich bei manchen Organisationen das Anwachsen von Konkurrenzorganisationen sehen. Nehmen wir zum Beispiel die Bretton Woods Institutionen und das, was im asiatischen Raum passiert. Das erste und am meisten diskutierteste Beispiel war die Asian Infrastructure Investment Bank. Die startet, wo wir uns ganz klare Fragen stellen müssen. Gehen wir rein, gehen wir nicht rein? Warum sind die Fragen so schwierig zu beantworten? Weil uns diese Organisationen nicht egal sein können. Weil sie letztendlich, wenn sie beispielsweise in die Finanzierung von Projekten in Räumen gehen, wo unsere alten westlich geprägten Institutionen auch aktiv sind, dann verlieren wir, wenn die das ohne Konditionalität im Bereich Good Governance, Human Rights, Rechtsstaatlichkeit usw. machen, dann verlieren wir da natürlich Hebel. Deshalb ist die Frage, wo gehen wir rein, wo gehen wir nicht rein, so wichtig. Es ist überhaupt nicht neutral, dass man das irgendwie regional aufteilen könnte, weil die Ambition der westlichen Organisationen war ganz eindeutig, auch in anderen Weltregionen zu agieren. Das ist ein Beispiel. Es gibt mehrere, wo das so ist. Wenn wir die Welthandelsorganisation nehmen, WTO, ist die Frage, wie gehen wir damit weiter? Wenn die Amerikaner nicht mehr mitspielen. Sehen wir dadurch, dass sich Handelsabkommen stärker regionalisieren, dass es neue Initiativen gibt, beispielsweise im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit. Schaffen wir es da, die alten Prinzipien aufrechtzuerhalten und schaffen wir es über die Zeit, da eine relevante Masse von Staaten wieder reinzukriegen? Das ist übrigens auch eine Frage für die Allianz der Multilateralisten, wie sich diese Staatengruppe zu den Vereinigten Staaten verhält. Denn man kann ja schon sagen, dass sie gegründet wurde als Antwort auf einen Rückzug der Amerikaner, beziehungsweise ein Untergraben der Amerikaner von multilateralen Strukturen. Und da gibt es ein Gegengewicht von Staaten, die sagen, nein, die Prinzipien sind richtig und wir versuchen, hier Konsens zu bilden. Wir versuchen, Themen zu identifizieren, die wir dann in die Organisation, wo die Amerikaner drin sind, wieder einfüttern. Die Frage ist, funktioniert das? Oder muss man nicht eigentlich versuchen, noch früher mit den Amerikanern noch stärker in den Dialog zu gehen, sie gleich an Bord zu holen? Weil wenn wir am Ende in Konkurrenzgruppen arbeiten und wir haben den weltweit wichtigsten Spieler, Amerika und auch China, nicht an Bord, dann kann man sich viel wünschen. Aber dann wird es nicht die nötige Wirksamkeit erzuholen. Das heißt auch, dass du für den Multilateralismus die Amerikaner noch nicht vollständig abgeschrieben hast? Ich habe sie nicht vollständig abgeschrieben. Allerdings müssen wir uns darauf einstellen, dass wir ein zweites Mandat von Donald Trump sehen könnten. Und dann wird an vielen Stellen das Untergraben der Strukturen weitergehen. Ich bin aber der Ansicht, dass die Amerikaner mittelfristig sehen werden, dass es in ihrem ureigenen Interesse liegt, in Strukturen, in globalen Strukturen, allein was die Weltwirtschaftsordnung anbelangt, zu agieren, weil der Preis der Auflösung dieser Strukturen sehr groß sein wird. Aber es kann durch einen sehr schmerzhaften Prozess gehen müssen, dass wir erst eine weitere Erosion sehen und dann ein schrittweises Wiederaufbauen. Ich habe noch eine dritte schnelle Frage an dich. Und die bezieht sich auf Frankreich. Du hast ja eine sehr starke Frankreich-Bindung, bist sehr präsent auch in der französischen Szene. Und Frankreich war ja für diese Initiative die Allianz der wichtigste Partner Deutschlands und ist ohnehin sozusagen immer unser Referenzpunkt. Wir haben das jetzt auch bei den Reden gehört. Gleichzeitig ist aber oft der Eindruck entstanden, dass Deutschland und Frankreich eigentlich strategisch auf völlig unterschiedlichen Planeten zu Hause sind. Das Verständnis gegenüber den Militärischen, die Einstellung gegenüber anderen Großmächten, das eigene Rollenverständnis insgesamt und so weiter und so fort. Ist das für den deutschen Multilateralismus ein Problem, dass die Franzosen uns so nahe sind und gleichzeitig so fern? Also es ist nichts Neues. Es war schon immer so. Und Frankreich und Deutschland haben es über die Jahrzehnte hinweg immer wieder geschafft, eine Balance zu finden, die auch mit einer gewissen Rollenverteilung einherging. Wir haben den Franzosen gerne das Militärische überlassen. Wir haben uns stärker auf den wirtschaftlichen Bereich konzentriert. Aber wir mussten immer einen Ausgleich finden. Im Moment werden die Karten ein Stück weit neu gemischt. Zum einen, weil wir auch sehen, dass sich an Sicherheitsordnung einiges auflöst und verschiebt. Und Deutschland da aus purem Eigeninteresse größere Präsenz zeigen muss, stärker agieren muss. Wird auch von Frankreich übrigens eingefordert. Und was wir im Moment noch nicht für uns klar haben, ist unsere eigenen strategischen Interessen in Einzelfragen zu definieren. Es passiert hier immer wieder in der Berliner Diskussion, dass man dann hört, ja, ihr geht nach Mali wegen der Franzosen oder so. Also da muss unsere Diskussion noch viel reifer und viel tiefer werden, wo wir wirklich unsere eigenen Interessen und europäische Interessen verfolgen und wie wir das in den Einklang mit der Partnerschaft zu Frankreich bringen. Was wir im Moment erleben, ist eine sehr unterschiedliche Lesart in Paris und in Berlin, wie wir denn eine Weiterentwicklung der Europäischen Union, aber auch multilaterale Organisation überhaupt hinkriegen. Und das hat sich am klarsten gezeigt, als Macron das Interview im Economist gegeben hat, wo er gesagt hat, die NATO ist hirntot. Das wurde in Paris so interpretiert, dass das richtig war, die Dinge so hinzuwerfen und so einen Impuls zu setzen, weil man nur dann tatsächlich in eine Diskussion kommen kann, wie man denn weitergestalten kann. Hier in Berlin wurde das als Gefährdung der NATO gesehen, als Untergrabung, als Infragestellung. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht das Ziel von Macron war. Keiner seiner Berater hat in irgendeiner Weise, glaube ich, die Absicht oder er selber auch, die NATO per se infrage zu stellen. Aber es gibt in Paris schon eine Ungeduld und eine sehr große Müdigkeit, auf Deutschland weiter zu warten. Und der Blick auf Berlin ist letztlich einer, dass hier in vielerlei Hinsicht Ambitionslosigkeit konstatiert wird. Und zwar die Problemanalyse irgendwie vielleicht stimmt, aber der Schritt, dann ganz ehrlich zu sagen, was ist es uns wert, hier wirklich was zu verändern? Und wie kommen wir zu dieser Veränderung? Da ist unser Ansatz hier in Berlin ein viel graduellerer, viel langsamer, viel inkrementeller. Und aus französischer Sicht sind wir an einigen Punkten jetzt, ja, sind wir an einen Punkt geraten, wo das nicht mehr reicht, wo der Handlungsdruck so groß ist und man weitermachen muss. Wir haben noch ein paar Minuten, bevor wir die Fragen fürs Publikum dann auch mit reinnehmen werden. Und jetzt sind wir bei der NATO, bei Mali, beim Militärischen angelangt. Ich überlege immer noch, was diese drei Fragen, die gleich waren, vorhin eigentlich bedeutet. Ich habe die immer noch nicht verstanden. Machen wir ganz zum Schluss noch mal sozusagen als Schlusswort von dir, denn dann wird es wahrscheinlich klappen, nehme ich ganz stark an. Die Frage des Militärischen. Es gibt genügend Leute, die sagen, dass das am Ende die Kernfrage für deutsche Außenpolitik ist. Dass sozusagen alles Diplomatische, alles Multilaterale erst dann sozusagen wirksam wird, wenn auch jemand dahinter steht, der dem Ganzen sozusagen bereit ist, Muskeln zu verleihen. Das Recht ohne Macht bedeutet sozusagen das Recht des Stärkeren. Und jetzt ist die Frage, in der Grünen-Partei ist das wie vielleicht in keiner anderen deutschen Partei auch diskutiert und darum gerungen worden, was die richtige Einstellung dazu ist. Was ist deine Auffassung? Wie zentral ist das Militärische in dieser Diskussion? Wir haben jetzt so ein bisschen auch sozusagen in den Reden auch so ein leichtes Drumherum gehört. Müssen wir zu diesem Dollpunkt vor oder bleibt das auf Dauer das Problem, dass wir das nicht können und auch nicht wollen? Ganz kurz das grüne Programm, wie wir es diskutiert haben, jahrzehntelang und auch nach ganz vielen Reißproben einfach nochmal dargestellt. Wir sind nach vielen Diskussionen zum Ergebnis gekommen, dass der Einsatz von militärischer Gewalt immer zu übel führt, aber manchmal die Unterlassung zu größerem übel führen kann. Wenn ISIS mit Mad Max-Armeen die zweitgrößte Stadt Iraks erobert hat und auf die Hauptstadt der Kurden im Norden Iraks zumarschiert, muss man sie erstmal aufhalten. Das geht nur militärisch. Aber wir sind auch der tiefen Überzeugung, ich glaube, das kann ich für alle sagen, Militär ist kein einziges Problem. Militär aber kann manchmal in bestimmten Situationen Zeitfenster schaffen, durch die dann aber Politik gehen muss, durch die Diplomatie gehen muss, durch die Mediation gehen muss, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter und so fort. Das gibt es. Aber diese Darstellung zeigt aus meiner Sicht, wie falsch teilweise die Debatte, die du gerade ja auch angerissen hast, ist, weil die militärische Lösung, die man in ganz vielen Fällen sicher nicht ausschließen kann, ist die letzte Antwort und nicht die erste. Die erste Frage aber in dieser Blase ist nochmal, im Mali hat es geknallt, gibt es einen Bundeswehreinsatz? Da gibt es ganz, ganz viel, was man vorher noch miteinander diskutieren muss. Manchmal muss es super schnell gehen, das weiß ich auch. Und ja, im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Bundeswehr weit mehr kann, als die meisten Leute hier zugeben. Es gibt zwei Sorten von schlechtredender Bundeswehr. Das sind die, die die am liebsten abschaffen würden und die, die am liebsten Hand ganz, ganz, ganz viel Geld dafür ausgeben würden. Das meint er sich beides falsch. Aber die Debatten vorher, die fehlen. Wenn wir den Irak nicht irgendwie pazifiziert bekommen, wenn wir nicht eine inklusive demokratische Regierung hinbekommen, die auch den Sunniten das Gefühl gibt, dass sie dazugehören, dann wird ISIS nicht besiegbar sein, weil sie davon leben, dass gerade im Irak die Sunniten das Gefühl haben, dass sie keine andere Schutzmacht haben. Wenn wir davon sprechen, ja, es braucht eine politische Lösung. Wenn man sich anschaut, wie das Auswärtigen Amt in Bagdad aufgestellt ist, es sind zweieinhalb Stellen. Maximal, je nach Sicherheitslage. Und damit kann ich keine politische Arbeit machen. Und wenn der Außenminister dann in den Haushaltsausschuss kommt und wir ihn fragen, ob wir Geld für mehr Stellen einfügen sollen, dann sagt er wortwörtlich, ich brauche nicht mehr Stellen. Das ist die Ambitionslosigkeit, die im Übrigen nicht nur die Franzosen irre macht. Und deshalb, ja, wir müssen weit mehr machen. Ja, die militärische Frage ist nicht immer vom Tisch zu fegen. Ja, aber es ist auch nicht das Erste, was man anfassen muss. Da gibt es ganz viel was vorher noch. Ich würde jetzt gerne das Publikum bitten, die Fragen zu stellen. Ich glaube, wir haben Handmikrofone. Genau, da sind hier Kollegen, die uns die sozusagen zureichen wollen. Ich würde bitten, dass Sie sich durch deutliches Handzeichen zu erkennen geben, Fragen bitte an das Panel zu richten. Wichtig, bitte eine Frage stellen. Für Co-Referate bleibt nicht die Zeit. Wir wollen ja noch Antworten von unseren Gästen hier auch bekommen. Und jetzt ist die große Frage, wer möchte der Erste oder die Erste sein? Hier ist eine Hand direkt vor Ort. Ich nehme mal in die erste Runde. Wir haben so ungefähr 20 Minuten. Ich glaube, wir schaffen zwei schnelle Runden. Sie sind die Erste. Und dann würde ich gerne danach noch zwei weitere reinnehmen. Also legen Sie sich Ihre Fragen bitte gerne schon mal parat. Ihre Frage bitte. Ja, danke schön. In Bezug auf eine stärkere Handlungsfähigkeit der EU in der Außenpolitik gibt es schon seit Langem zwei Vorschläge. Einer hat die qualifizierte Mehrheitsentscheidung in der Außenpolitik. Halten Sie oder sehen Sie Chancen, dass die unter der neuen Kommission endlich zustande kommt? Und die zweite, Europäischer Sicherheitsrat, beziehungsweise auch Deutscher Sicherheitsrat. Das ist ein großes Problem, sowohl in Deutschland wie in der EU. Also in der EU, dass sich die EU-Mitgliedsländer nicht einig werden, dass es an strategischen Diskussionen und Entscheidungen fehlen. Halten Sie diesen Sicherheitsrat für sinnvoll? Und gibt es Chancen, dass sich diese endlich mal etabliert? Weil darüber reden wir auch schon seit vielen Jahren. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, die nächste Frage ist direkt hier. Dort wunderbar. Und dann noch eine Bitte. Da brauche ich noch eine Hand gleich. Guten Abend. Mein Name ist Kerim El-Esseli. Ich meine, ich möchte Sie jetzt nicht überraschen, indem ich etwas vielleicht Hartes sage. Ich habe hier eigentlich seit mehr als 30 Jahren gelebt und war besonders im kulturellen und akademischen Bereich sehr aktiv. Politik interessiert mich auch, da ich aus dem Irak ursprünglich komme. Und die Gründe, die mich hier gebracht haben, sind auch politisch. sage ich, in diesem Land, wo ich auch Staatsangehörigkeit bekommen habe, von Außenpolitik und in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Richtungen ist Bundesrepublik Deutschland noch richtig, noch nicht richtig frei ist. Das heißt, auch im akademischen und kulturellen Bereich, im akademischen, wo das letzte Wort für die Wissenschaft sein soll und im kulturellen Bereich, wo Kultur ein Projekt, um die Völker der Erde zu verbrudern und eng zu verbinden, in bestimmter Art und Weise. Deutschland lebt immer noch unter großem Druck. Und ich habe auch bemerkt, dass die Politik von den USA auch in Verbindung mit ihrer, bitte schon, in ihrer Verbindung mit Politik im Nahosten, einen dominanten und sehr großen Einfluss haben, samt es eigentlich talentierte Menschen. Also ich glaube, den Hauptkritikpunkt haben wir verstanden. Deutschland ist als außenpolitischer Akteur noch nicht wirklich richtig frei. Das geben wir gleich rüber. Aber ansonsten habe ich keine Frage gehört. Ich gebe die Frage jetzt direkt weiter, denn da hinten wartet noch jemand. Wir haben den Hauptkritikpunkt, glaube ich, aufgenommen. Und wir können jetzt hoffentlich noch ein paar weitere Stimmen hören. Bitte schön. Ja, vielleicht kann ich das auch zusammenfassen. Wann wird das koloniale Erbe mal ein Thema werden von Außenpolitik? Außenpolitik, das koloniale Erbe Frankreich, das koloniale Erbe von Deutschland. Das wird bisher nur diskutiert im Zusammenhang mit Rückgabe von Kulturgütern. Ich halte es für essentiell, ein Schuldeingeständnis zu machen, um auf Augenhöhe und solidarisch Politik zu machen. Und solidarisch heißt, dass Menschen sich erkennen als Menschen gleicher Bedürfnisse, aber unterschiedlicher Interessen. Deswegen, das ist mir ein ausgesprochenes Anliegen, dass das mal wirklich thematisiert wird im Sinne solidarischer Politik. Vielen herzlichen Dank. Wir haben zwei Fragen zur Europäischen Union. Mehrheitsentscheidung und der Sicherheitsrat. Die Frage nach der inneren und vielleicht auch nationalen Freiheit Deutschland zur Außenpolitik. Und die Frage des kolonialen Erbes. Wer möchte zuerst losschlagen? Das passiert nie. Daniela, bitte. Ich mache gerne die Europa-Frage. Also qualifizierte Mehrheitsentscheidung, glaube ich nicht dran, dass es eingeführt wird. Ich bin da pessimistischer als das Auswärtige Amt. Vielleicht kann Botschafter von Löring-Hufen uns überzeugen, dass es doch möglich ist, weil sie brauchen Einstimmigkeit, um die qualifizierte Mehrheit einzuführen. Und das sehe ich im Moment in der jetzigen politischen Konstellation als sehr, sehr schwierig an. Wenn überhaupt, dann in ganz klar und eingeschränkten Einzelfällen. Das geht vertraglich gesehen. Das wäre das Beste, was man rauskriegen kann in der jetzigen Situation. Aber auch das halte ich für sehr schwierig. Eine ganz kurze Nachfrage von mir. Wenn sie eingeführt würde, würde sie den Qualitätssprung nach vorne bedeuten, den sich viele von ihr versprechen? Nein. Entweder würde man sie tatsächlich nur in Bereichen anwenden, wo es letztendlich strategisch nicht relevant ist. Oder wir können in eine Situation kommen, dass Staaten, die überstimmt werden, so frustriert sind und so dagegen sind, dass wir letztendlich da eine Entscheidung gefällt haben, die aber dann vielleicht an der Umsetzung wieder scheitert. Das ist leider im Moment die politische Lage in der Europäischen Union. Ist nicht schön, war auch nicht so geplant, aber ist die Realität. Deshalb glaube ich, dass wir in der Außenpolitik sehen werden, dass wir einzelne Staaten und Staatengruppen haben werden, die einzelne Themendossiers vorantreiben. Das beste Beispiel ist das Iran-Abkommen, JCPOA, wo EU-seitig Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit anderen äußereuropäischen Partnern zusammengearbeitet haben. Das wurde von den anderen Europäern akzeptiert und auch unterstützt. Ein anderes Beispiel, Normandie-Format Deutschland und Frankreich im Dialog mit Russland und der Ukraine hat bislang auch funktioniert, wurde flankiert durch eine von allen EU-Staaten mitgetragenen Sanktionspolitik. Wenn man aber den Kreis der zwei, die dann für Europa tatsächlich in diesem Format verhandelt haben, vergrößert hätte, wäre es sehr viel schwieriger geworden. Zum Thema Europäischem Sicherheitsrat sehe ich jetzt tatsächlich eine neue Chance. Ja, Sie haben recht, es wird schon sehr lange darüber geredet. Ich finde den Vorschlag, die Frage ist immer, wie man es gestaltet, aber ich kann mir sinnvolle Modelle für einen Europäischen Sicherheitsrat vorstellen. Und jetzt haben wir eine neue Lage mit dem Austritt Großbritanniens. Es wäre ja ein neues Gremium, das geschaffen werden würde, wo man Großbritannien voll mit reinnehmen könnte, wenn man es will. Ich würde dafür plädieren, es zu tun. Denn wenn wir europäische Außenpolitik so flexibel denken, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann ist es auch leichter, über die EU-Grenzen rauszugehen und Großbritannien mit reinzunehmen, halte ich bei vielen der Themen, vor denen wir stehen, für extrem wichtig. Ja, ich bin im Prinzip bei Daniela. Also ich denke schon, dass Körle-Fitz, also Minus-Eins in mir halt ein wichtiges und gutes Ziel ist. Aber man muss auch realistisch sein. Erstens wird es schwer sein, das durchzusetzen und es wird auch kein Heilmittel sein. Aber es ist ein richtiges Ziel und wahrscheinlich wird es lange dauern, um es durchzusetzen. Aber ich bin froh, dass die Regierung sich dafür einsetzt. Für mich ist eigentlich dieses JCPOA, auch wenn es jetzt in so schwere Fahrwasser gekommen ist, ein sehr gutes Modell, weil es eine kleine Gruppe von europäischen Staaten verbindet mit dem EAD, mit der hohen Repräsentanten. Also da ist die Verbindung mit der EU insgesamt gegeben. Das ist ganz anders als bei anderen Formaten, die völlig freischwebend davon sind. Das ist ein permanentes Spannungsverhältnis in Brüssel. Aber es war doch immerhin in den Verhandlungen zu dem Abkommen am Ende ungeheuer effektiv. Und ich glaube, das ist prinzipiell ein gutes Modell, diese Verbindung zu haben. Und dann eine Bemerkung zu dem kolonialen Erbe, da wir hier in der Böll-Stiftung sind. Ich wollte daran erinnern, dass der Bundesaußenminister Joschka Fischer in einer Rede bei der Weltrassismus-Konferenz in Durban 2001 sich offiziell für die Bundesregierung, für unser Land entschuldigt hat, für das Morden an den Hereros. Das ist hier irgendwie vergessen worden. Das habe ich jedenfalls in der öffentlichen Diskussion in den letzten Monaten nicht gehört. Und ich glaube, es war auch das erste Mal, dass sich ein Minister so offiziell eingelassen hat. Vielen Dank. Omid, telegrafisch. UN-Sicherheitsrat, hat Daniela alles gesagt. Gerade nach dem Brexit werden die Franzosen erst recht nicht ihren eigenen Sitz aufgeben wollen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die europäischen Staaten, die dann drin sind, nicht permanent, die Stimme sind aller. Das zu koordinieren braucht natürlich auch den Druck. Und für diesen Druck ist diese Forderung nicht falsch, aber ich sehe es auch nicht. Beim Thema mehr Einstimmigkeit ist es genau dasselbe wie das, was gerade gesagt worden ist. Aber genau deswegen braucht es diese variablen Geometrien. Dafür wiederum ist es notwendig, dass man Deutsch, Französisch als existenziell und essentiell auch ansieht, aber nicht dabei stehen bleibt. Die Zeiten von, es gibt eine Achse, Frankreich und Deutschland telefonieren miteinander. Und dann wird es gemacht, sind schon lange vorbei. Und deshalb muss man auch da aufpassen, dass man da die Rhetorik ein bisschen runterholt, weil das in vielen Staaten eher Verstörung auslöst, wenn die Deutschen und die Franzosen permanent diejenigen dem Rest erklären wollen, wie es geht. Nicht nur in Osteuropa, sondern auch im Süden. Also kulturelle Hegemonie. Also ich höre den ganzen Tag, wenn ich denn nicht in Gremien sitze, Hip-Hop und mache das gerne. Alle sind frei, auch Polka zu holen oder was immer sie mögen. Ich bin auch kulturell Transatlantiker geworden und ich empfinde mich als frei gewählter Abgeordneter eines freies Landes, dem manchmal der Mut fehlt, aber ich sehe nicht, dass wir sozusagen keine Freiheiten haben. Letztes, das Thema, ich weiß gar nicht mehr, wer es war mit dem kolonialen Erbe. Alles ist richtig, was gerade gesagt worden ist, aber es ist auch ein Thema für den Multilateralismus, nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, weil wir nicht mehr in Zeiten leben, in denen London einfach in Libreville anruft und sagt, macht mal jetzt gefällig so und so, weil wir es mit einem anderen Niveau an Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein zu tun haben, all dieser Staaten. Und sie auf einer anderen gleichen Augenhöhe zu begegnen, ist auch ein Beitrag dazu, dass wir multilateral beieinander kommen, sie auch für eigene Anliegen gewinnen und auch tatsächlich auch in den multilateralen und multinationalen Zusammenhängen miteinander arbeiten können. Da fehlt tatsächlich ein bisschen der Demut. Da gibt es immer noch ganz viel Rhetorik und Denken aus Zeiten, die längst vorbei sein sollten. Einverstanden. Arndt, du wolltest noch einmal reinkommen. Ich darf noch einen Satz zu der variablen Geometrie und den verschiedenen Partnern in der europäischen Politik. Was ich auch wichtig finde, ist, dass wir nicht immer mit den Gleichen sozusagen einen engen Club machen, sondern durchaus mit verschiedenen Partnern in der EU. Und da waren wir früher schon mal relativ weit. Also ich habe noch unter Genscher meine ersten Schritte als Diplomat getan. Da gab es die Genscher-Colombo-Initiative. Es gab eine mit Dänemark. Also so viel wir immer mit den Franzosen gemacht haben. Letztlich wird daraus ein Geflecht, was dann viele andere mitnimmt. Ist das in den Zeiten nach Brexit vielleicht wieder noch zusätzlich wichtiger? Denn es gibt ja durchaus einige Länder, die denen, die du gerade genannt hast, gehören dazu, aber auch die Niederländer, die jetzt, nachdem ihnen ihre eigentlichen europäischen Champions verloren gegangen sind, viel stärker auch nach Deutschland schauen. Ja, absolut. Prima. Dann wünsche ich jetzt mir noch eine zweite Fragerunde. Und wir haben eine Frage hier vorne. Dann ist da, also das ist Liz Pond hier vorne, das ist super. Dann dort und nehmen wir noch eine dritte, die finden wir auch noch. Erstmal hier, bitte. Ja. Elizabeth Pond, American Journalist and Author here. Amerikanische Journalist und Autorin. Ich habe hier eine Frage. Wie weit können die Europäer und Deutschen gehen in diese Richtung? Ohne die deutsche Frage noch einmal zu stellen. Weil das wurde ja innerhalb der NATO und der Transatlantischen Allianz für 70 Jahre so gelöst. Da war die USA der Hegemon. Und also wird sich das nochmal stellen, diese Frage? Und wie bald? Hier vorne die dritte. Also meine Frage bezüglich des Brexels. Also als überzeugter Europäer gestern war auch ein schwieriger Tag. Aber ich frage mich jetzt, ob man Brexels als Chance wahrnehmen kann. Weil bisher war Großbritannien ein schwieriger Partner in der Europäischen Union, wenn es um die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geht. Wenn doch die 27. Mitglieder gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik jetzt tiefen kann. Ja, meine Frage. Vielen herzlichen Dank. Und hier vorne in der... Ja, das funktioniert. Sie können ruhig weiterführen. Ja, hört ihr was? Ja. Ich vergrößte, bezugnehmend auf die Rede und die Aspekte von Annalena Baerbock möchte ich meine Frage kleinteilig fassen. Und zwar, welche Facetten der praktischen Außenpolitik würdet ihr als Aufgabe, aktuelle Aufgaben aufreißen, bezogen auf die Rolle Chinas in Afrika und die deutsch-französische beziehungsweise multilaterale europäische Außen- und Sicherheitspolitik in Afrika aktuell? Prima. Vielen herzlichen Dank. Ich habe dann noch für Omid meine Bonusfrage. Und zwar die... Das ist die von vorhin. Das ist die aufgewärmte von vorhin. Die Frage nach... Deine Kritik war ja deutlich. Passivität zu reaktiv. Meine Frage ist nicht so sehr, was wir tun müssten, sondern wo wir die Kraft dafür bekommen, das dann auch zu tun. Also nicht den Mangel sozusagen jetzt hier nochmal konstatieren, sondern die Frage, wo kommen die Mehrheiten her, wo kommt der Wille her, das dann auch zu tun, was wir bisher nicht so richtig bereit waren zu tun. Aber damit bin ich dann auch endgültig still. Wir machen das jetzt, glaube ich, in der umgekehrten Reihenfolge. Da es ja auch das Schlusswort sein wird jeweils. Arndt zuerst, dann nur mit uns zum Schluss, Daniela. Ja, vielen Dank zu der Frage von Elisabeth Pond. Ob es wieder eine neue deutsche Frage gibt, Deutschland ein neuer Hegemon wird. Zunächst mal, es gibt diese Frage, es gibt auch die umgekehrte Frage von Radek Szykowski. Es ist Deutschland zu inaktiv. Das ist ja auch hier im Titel gewesen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns natürlich immer. Ich denke, das ist nach allem, wie ich das einschätze, eine theoretische Frage. Ich kann nicht irgendwelche Ansätze erkennen, dass wir in Richtung hegemonialer Politik gehen, sondern deutsch-französisch ist wirklich in unserer bundesrepublikanischen DNA. Und eigentlich alle Initiativen, auch die Allianz für Multilateralismus ist ja ein gutes Beispiel. Dafür machen wir zusammen. Ich denke, dass die Erfahrungen, die historischen, die wir haben, so stark sind, dass ich diese Gefahr im Moment jedenfalls nicht erkennen kann. Es gab ja schon Befürchtungen, als Deutschland in der Euro-Krise beispielsweise, so ein bisschen unwillentlich, aber doch irgendwie zu der zentralen Macht wurde, die letzten, die sozusagen noch was beisteuern konnten und dann in Führung gegangen ist und dann auch ein Modell hatte, das nicht alle in Europa geschätzt haben. Und da gab es dann schon die Befürchtung, Deutschland wird zu dominant. Dasselbe vielleicht in der Migrationsfrage, wo man über diese deutsche Sondermoral gesprochen hat. Plötzlich wollen die Deutschen uns hier erzählen, wie sozusagen Migration in meinem Land zu regeln ist. Da gibt es schon Befürchtungen, dass die Deutschen ihre starke Position vielleicht ausnutzen. Oder ist das zu pessimistisch gedacht? Ist die diplomatische Praxis eine andere als diese Ängste, die man schon auch manchmal hört? Natürlich ist die außen- und sicherheitspolitische Praxis eine andere. In der Flüchtlingspolitik waren wir ja auch mit Abstand die am stärksten Betroffenen. Das ist vielleicht auch eine Sondersituation. Aber generell kann ich mir das eigentlich nicht als eine Tendenz vorstellen. Und Brexit als Chance. Ich denke, insgesamt ist es ein gigantischer Verlust. Und es gibt sehr, sehr viele Themen, wo wir die Briten brauchen, aus deutscher Perspektive, aber vor allem, um Europa auch stark zu machen als Global Player. Ich denke, es ist eine falsche Optik, zu sagen, jetzt nach Feldern zu suchen. Aber sicherlich in der Verteidigungspolitik ist da was dran. Denn da war es sehr schwierig, mit Großbritannien konkrete Fortschritte zu machen. Und wir haben ja auch gerade gesehen, dass das in jüngster Zeit passiert ist. Aber für mich ist das ein Ausnahmethema. Danke, Arndt. Omid. Die deutsche Frage zu stellen ist stets richtig. Und ehrlich gesagt, es gab seit 2008 auch viele Momente, wo rhetorisch vieles falsch gelaufen ist, weil man bis heute in Griechenland unterwegs ist und sich viele Leute noch sehr genau erinnern an Rhetorik von Leuten aus meinem Parlament, die gesagt haben, wir können ja auch dafür eure Souveränität verletzen, eure Inseln nehmen etc. Das war alles nur nicht sensibel. Und das ist auch nicht der Ton, mit dem man die Europäische Union zusammenhält. Aber der erste Schritt, um die deutsche Frage eben nicht im Sinne der Befürchtungen all unserer Nachbarschaften, die so gelitten haben in der Geschichte unter Deutschland auch tatsächlich zu begegnen, ist innenpolitisch. Und einfach darauf zu achten, dass unsere liberale rechtsstaatliche Demokratie erhalten bleibt und die Kräfte, die heftig daran rütteln, auch weiterhin hart zurückgedrängt werden. Das ist das Wichtigste, was wir zu tun haben in diesem Bereich, wo auch Außen- und Innenpolitik dann nicht mehr auseinanderfällt. Brexit ist, das einzige Positive am Brexit, ganz ehrlich, was mir bisher zumindest in den Sinn kommt, ist der Wake-up-Call. Dass viele begriffen haben, dass das nicht mehr geht, dass vor dem Brexit wir über Frexit und was wir sich alles gesprochen haben, das ist alles kein Thema, weil die Leute ja sehen, wohin das führt. Und dass das nichts ist, was im Sinne der Prosperität, des sozialen Friedens und der guten Zukunft der Menschen in Großbritannien ist. Das ist jetzt defizistisch, aber ehrlich gesagt, alles andere, was mir jetzt einfällt, was mit Brexit zu tun hat, ist traurig bis desaströs. Die China-Frage ist, ich will jetzt mal ein bisschen indirekt beantworten, weil die sehr groß ist und wir die Zeit nicht mehr haben. Mir hat mein indischer Professor den schönen Satz gesagt, die Inder haben ja gerade im Osten und Südosten, Afrika ist ja sehr, sehr lange Tradition von Handeln und Präsenz, hat gesagt, wir machen uns relativ wenig Sorgen um die chinesische Präsenz in Afrika, weil wir machen Markt, die machen Merkantilismus und das hält nicht lange. Das ist nun für die Generation, die darunter heftig leiden, jetzt relativ belanglos, aber das bringt mich auf die Frage, warum wir denn nicht in der ganzen Frage China und wie wir mit China umgehen, gerade in Drittstaaten, viel mehr zusammenarbeiten mit Indien. Bei allen Problemen, die ich sehr, sehr gut kenne in Indien, ich bin nächste Woche wieder da und wir werden natürlich über die inneren Verfassungen auch des Landes viel reden müssen, aber Indien ist ein ganz, ganz zentraler Player, der nicht bei der Seitenstraße beispielsweise dabei ist. Wir haben viel zu wenig strategischen Dialog als Westen, als EU mit Indien, das ist aber neuralgisch, um mit China umzugehen, nicht nur in Afrika. Das Letzte ist, woher die Kraft nehmen? Es gibt ja diesen Grundsatz, diesen ersten Ausgangssatz von Roosevelt, der zu New Deal, ich bin ein bisschen, Entschuldigung, bin versaut, aber zum New Deal damals geführt hat, der Ausspruch hieß, never miss a good crisis. Und wir haben gerade ganz viele. Wenn man sich anschaut, wo die amerikanische und die russische Militärkooperation keine Sekunde aufgehört hat, dann war es bei den Eisbrechern in der Arktis, weil es einfach so ist, dass es gar nicht anders geht. Es gibt ganz viele Klimafragen, die zu Konflikten führen können, aber kein Krieg ist ein Automatismus oder ein Naturgesetz, das ist immer Menschenwille. Und auch die Klimafrage führt natürlich dazu, dass man weit mehr miteinander kooperieren müsste, darauf zu bauen, wäre ein Riesenschritt nach vorne. Und ganz ehrlich, dieses Land, diese Gesellschaft hat so viel Potenzial, so viel Klugheit, so viel demokratischen, spannenden Diskurs, demokratische Diskurskultur. Man muss eigentlich, und das ist der Job meiner Kaste, muss sich einfach diesen Diskussionen stellen und mit offenem Visier auch kämpfen. Warum die Menschen in Deutschland nicht mehr wissen, warum die Bundeswehr irgendwann mal nach Afghanistan geschickt wurde, hat auch was damit zu tun, dass auf die Frage, was machen wir da eigentlich, zehn Jahre lang irgendwelche Minister in die Kamera, im Rheingau-Hessischen in die Kamera genuschelt haben, Comparative Approach. Das ist nicht der Grund, warum wir da sind, das ist eine Methode. Aber diese Debatten zu führen, offen und öffentlich und geradeaus und auch mal zu riskieren, dass man nicht vielleicht immer nur Zustimmung bekommt, da kriegen wir die Kraft her. Weil die Krisen sind zu groß, die Notwendigkeit zu offensichtlich, als dass man da sitzt und einfach wartet, bis das Schicksal über jemanden zusammenbringt. Vielen herzlichen Dank. Daniela, ich weiß, dass du mit Lichtgeschwindigkeit gleich zurück in die DGAP musst, weil ihr eine Veranstaltung habt, ins Auswärtige Amtsverzeihung. Jedenfalls musst du weg und deswegen musst du uns jetzt ganz schnell dein Schlusswort geben. Okay, also Brexit als Chance. Also wenn ich über Außenpolitik, europäische Außenpolitik, europäische Verteidigungsinitiative nachdenke, dann glaube ich, ist Brexit dann eine Chance, wenn wir darüber spekulieren, wie man die Integration und die Institutionalisierung weiter voranbringen kann. Da hilft es, wenn Großbritannien nicht dabei ist. Wo es überhaupt nicht hilft, ist bei der Wirksamkeit europäischer Außenpolitik und bei der Wirksamkeit europäischer Initiativen, beispielsweise im Rahmen der NATO. Das heißt also, ich bin wieder bei meinem Punkt von vorhin, wenn wir europäische Außenpolitik denken, müssen wir flexibler werden jetzt, wo Großbritannien rausgeht, wie wir sie dort, wo wir gleichgerichtete Interessen haben, ganz nah an uns dran halten und ihnen Angebote machen, wie man das auch institutionalisieren kann. Denn mit dem Austritt aus den ganzen Ratsformationen, den Vorbereitungsgremien usw. bricht ganz viel Kommunikation ab. Und die Aufgabe ist es, das an anderer Stelle irgendwie sicherzustellen, die Vertretung Großbritanniens bei der EU wird wachsen oder ist auch schon gewachsen, aber das allein hilft nicht. Wir müssen die nötige Offenheit zeigen, um sie da mit uns letztendlich gemeinsam handeln lassen zu können. Denn wir brauchen sie. Wenn ich mir Deutschland und Frankreich alleine angucke und die Herausforderungen, die wir haben, funktioniert nicht. Wir brauchen die Briten. Die Rolle Deutschlands, Deutschland hat seit 2010 einige Jahre lang vor allem als Veto-Spieler auf sich aufmerksam gemacht und hat tatsächlich enorm viel gestaltet im Rahmen der Europolitik, aber vor allem dadurch, dass es andere Lösungen verhindert hat. Dann hat es natürlich alles, was geschehen ist, mitgetragen. Aber wo wir hinkommen müssen, ist meiner Ansicht nach eine weitsichtigere gestalterische Rolle, gerade auch bei der Frage der Eurozone Binnenmarkt. Da übrigens wird uns Großbritannien sehr fehlen. London steht in der Bilanz, die die Kommission regelmäßig zieht, sehr viel besser da als Deutschland, wenn es um die Geschwindigkeit der Umsetzung von europäischem Recht in nationales Recht geht. Deutlich. Da sind wir nicht in dem Schnitt, den die Kommission sich gerne wünscht von den Mitgliedstaaten. Das heißt also, Großbritannien nur als schwierigen Europäer abzutun, hilft uns nicht. Wir müssen hingucken, wo sie auch für uns sehr hilfreich waren. Und das war ganz besonders im Bereich Binnenmarkt. Und was uns klar sein muss, aus deutscher europapolitischer Sicht, wenn wir beispielsweise, was Annalena Baerbock vorhin sagte, wir wollen einen starken Euro in der Welt, eine Weltleitwährung. Wie kriegen wir die denn? Nicht, indem wir sie uns wünschen, sondern indem wir im Inneren der Eurozone die nötigen Reformen umsetzen, dass wir überhaupt die Voraussetzungen haben, dass es eine Weltleitwährung werden kann und auch die Akzeptanz global findet. Und das erfordert gerade von Deutschland an vielen Punkten ein Umdenken und ein sehr, sehr weitsichtiges Nachdenken darüber, was wir in die Waagschale werfen können, um überhaupt noch Konsens erzeugen zu können, damit Europa in seiner eigenen Integration weiterkommt. Stichwort Eurobonds, Transferunion, all die Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Transferunion ist schon das falsche Wort, weil es letztendlich nur auf einer Ebene misst, wer was zahlt und wer was bekommt. Wenn wir unser Nutzen aus der Europäischen Union, aus der Binnenmarktintegration und aus dem Euro fair beziffern, dann ist das riesig. Und unser finanzieller Beitrag, sowohl im EU-Budget als auch in den Rettungsmechanismen in der Eurozone, ist vergleichsweise gering. Im Moment haben wir noch keinen Penny verloren an der Euro-Rettungspolitik, sondern wir kriegen Zinsen für das, was wir leisten. Und wenn wir diese Diskussion nicht fair und breit führen, dann kommen wir ganz schnell in einer Situation, wo man innenpolitisch schwieriger verteidigen kann, dass uns eine Investition in eine stärkere Europäische Union enorm viel bringt. Das war doch mal ein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank euch dreien für diesen Auftakt zur 20. Außenpolitischen Jahrestagung. Ich glaube, das war ein guter Start. Das Besondere Gestalterische, dass wir mehr sehen wollen aus Deutschland, findet jetzt ja in den nächsten anderthalb Tagen hier noch eine Menge Platz. Ich hoffe, dass wir viele gute Impulse noch bekommen. Ihnen herzlichen Dank für die Geduld und für die guten Fragen. Und euch, liebe Ellen, viel Erfolg mit dem Rest der Veranstaltung. Vielen Dankeschön. Vielen Dank.